Hallo und Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich bin immer noch in England, wie ihr hier seht, also es ist mal wieder nicht mein Studio. Und heute geht's zum Fußball und ich hab mir gedacht, na komm, das packst du jetzt mal nicht ins England-Video, was ja am 26.4. kommt, weil das dann einfach so voll werden würde und da das die FIFA-Zuschauer von meinem Display-Kanal interessieren könnte, hab ich mir gedacht, machen wir ein einzelnes Video. Und ja, jetzt geht's zum Fußball, Vollheimspiel gegen Frankfurt, also ein London-Derby und ihr kommt jetzt mal mit. Vielen Dank. Musik Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könntet, aber ich war gerade, und das muss ich jetzt mal so als Vlog erzählen, in einer U-Bahn, die ständig stehen geblieben ist. Also, die ist gefahren, dann ging der Motor aus, dann stand sie wieder, dann ist sie wieder angefahren, dann ging wieder der Motor aus, das finde ich irgendwie so ein bisschen unheimlich. Von daher wollte ich euch das nur kurz so als Vlog mitteilen. Ich hoffe, man hört mich, jetzt wird man mich wohl hören, aber... Ich hoffe, man hört mich auch so, aber... Egal, jetzt gibt's mal tatsächlich Fußball nach Vollheim. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I promise I won't wait for you I know you will be strong I know you will be strong I won't forget about you, no Now don't be afraid I promise I will wait for you 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 Ja, das war es auch schon wieder mit dem heutigen Blog, in dem ich euch mit zu einem englischen Fußballspiel genommen habe. Vielleicht interessiert euch ja da noch das Ergebnis. Also, Brentford hat das Spiel dann 4 zu 1 gewonnen, da fielen in der Nachspielzeit. Sechs Minuten war Nachspielzeit und da fielen noch zwei Tore. Die habe ich dann allerdings nicht mehr gesehen, weil wir uns schon auf den Heimweg gemacht haben. Aber das ist eine andere Sache. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. War auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Das Ganze zu schneiden und ich bin jetzt noch nicht fertig. Also, jetzt bin ich gerade in der ersten Halbzeit. Die schneide ich gerade und dann kommt ja auch noch die zweite Halbzeit. Aber ihr habt die ja hoffentlich wahrscheinlich gesehen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie hat dir das dann so gefallen? Mal ein etwas anderer Vlog? Bist du dafür, wenn ich euch mal so mitnehme, wenn ich irgendwas Interessantes mache? Oder findest du es eher besser, wenn wir so thematische Vlogs machen? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein thematischer Vlog. Da habe ich auch schon das Skript für geschrieben. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sind in unserer nächste Woche wieder um 17 Uhr, wie immer. Und ja, jetzt habe ich fast die ganzen Sachen hier vergessen. Also hier kannst du ein Let's Play von mir angucken. Ich weiß nicht was. Hier das vorletzte Video. Da das letzte Video. Und hier, falls du mich noch nicht kennst, kannst du mich hier kennenlernen. Ansonsten kannst du hier die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter und so sehen, anklicken. Hier man, hier siehst du, von wie mir Musik ist. Und hier siehst du, oder hier kannst du meinen Kanal abonnieren. So, jetzt haben wir es. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Und ja, bis nächsten Sonntag an 17 Uhr, wie immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.